Kennen Sie das auch, dass Ihr Unmut wächst im Gespräch? Wenn Sie jetzt noch zwölf Minuten dranbleiben, haben Sie die sehr realistische Chance, dass Ihnen das nie wieder passiert. Denn ich habe für Sie Angela Dietz, die Biologin der Kommunikation, und die erklärt uns, warum Unmut wächst, ein Gespräch zu Kraut und Rüben wird, vor allem aber, wie man das vermeidet und gesunde Gespräche führt für ein wachsendes Unternehmen. Willkommen bei Profilers Publishing. Willkommen Angela, ich freue mich, dass Du bei uns bist. Hallo. Hallo Susanne, ich freue mich auch. Vielen Dank für Deine Einladung. Sehr gerne. Angela, meine erste und dringendste Frage ist, womit kann ich am meisten Unfug anrichten, wenn meine Zunge schneller ist als meine Erziehung? Am meisten Unfug denke ich genau damit, dass Du schnell antwortest, wenn Du in Rage bist, wenn Du Ärger hast und das gleich vor den Ohren desjenigen, auf den Du ärgerlich bist, auch mit Urteilen und Kraftausdrücken belegst. Das bin wirklich ich, das passiert. Ich fluche, ich habe Kraftausdrücke und ich glaube, ich mache den Managementfehler Lucky Luke. Ich spreche schneller, als ich entscheiden kann. Kann das sein, dass ich damit mich, meine Mitarbeiter, großer Gefahr aussetze? Ja, wir denken immer, es muss ja alles schnell gehen heutzutage. Ich glaube, das ist so das Bedürfnis dahinter, warum wir uns nicht die Zeit nehmen oder vielleicht sogar sagen, halt, stopp, ich möchte kurz mich selbst mal klären. Also antworte ich schnell in einer Art und Weise, in einem Ton, dass sozusagen mein Körper oder meine Hormone mehr Macht über mich haben, als ich selbst über mich und meine Gedanken. Und aus meinen Gedanken resultieren sofort meine Worte. Und wenn ich mir einen Moment Auszeit nehme, kurz mal innehalte, mein Ärger woanders ablade, denn der muss erstmal raus. Diese Wut, diese Energie, diese Urteile über den anderen, wie langsam der wieder war oder wie wenig mitgedacht die anderen haben. Nur nicht vor den Ohren der anderen. Wenn ich das hier abhaken kann und klären kann, um was geht es mir wirklich? Was ist das Bedürfnis? Nämlich vielleicht, ja, Unterstützung oder Entlastung. Aber wenn die nicht mitdenken, dann habe ich keine Entlastung. Und wenn ich schnell reagiere und noch mehr Porzellan zerschlage, kostet mich das auf längere Sicht wahrscheinlich noch mehr Zeit. Hm, also Quick and Dirty gibt es nicht in der Kommunikation? Ich sag mal so, die gibt es bestimmt, das gibt es bestimmt. Nur du bezahlst einen Preis dafür. Okay. Ja, ich ärgere mich dann hinterher, später darüber. Gibt es so für mich Schnellsprecher, Schnellaufreger, etwas wo du sagst, okay, hier hast du sofort einen Tipp, dass du schon mal ein bisschen Zeit reinbringst, dass du mehr bei dir bist als außer dir? Mehrere Dinge gibt es da, weil ich auch dazu gehöre, zu diesem ganz Schnellen. Und mir gehen die Gedankengänge oder Reaktionen von anderen auch manchmal zu langsam. Und von daher vielleicht drei Dinge. Das eine ist, wirklich tief durchatmen kurz, als Gewohnheit sich aneignen. Okay. Und danach erst antworten. Da geht schon ganz viel von dem CO2 nämlich weg von dem Saueren. Das zweite ist tatsächlich das Trainieren außerhalb von so einer Situation. Wenn du das einmal am Tag trainierst, kannst du in der Situation, die vielleicht morgen oder nächste Woche auftritt, automatisch schneller anders reagieren als deine Gewohnheit. Und das dritte ist, sehr ähnlich dem zweiten Schritt, nach missglückten Situationen, wo du dich gerade wieder selber fertig machst und denkst, ah Susanne, das ist dir ja wieder nicht gelungen. Oder ich mich selbst fertig mache und denke, Angela, das kannst du doch wirklich besser. Dich nicht so niedermachen und stattdessen dich selbst fragen, okay, um was ist es mir gegangen? Wie hätte ich es auf den Punkt klar und deutlich sagen können, ohne andere zu verletzen? Und auch das gibt dir das Garant, je öfter du das gebahnt hast im Gehirn, desto schneller hast du es parat in der nächsten Situation, die sicher kommen wird. Okay. Jetzt bin ich ja trotzdem überzeugt, dass ich nicht für alle kommunikativen Kollateralschäden zuständig bin. Also manchmal höre ich Leuten zu und ich denke mir, vielleicht hast du heute Freigang, vielleicht bist du heute ohne deine Tabletten. Ich weiß nicht, was passiert, aber normal ist es nicht. Was mache ich in so einer Situation, wenn jemand mit Irrsinn auf mich zukommt und völlig überzeugt ist, es ist das einzig Wahre. Okay. Ich denke, es gibt ganz unterschiedliche Situationen. Und wenn das eine Situation ist mit einer Person, mit der ich tatsächlich Kontakt haben werde, auch zukünftig oder permanent, dann ist es eine andere Reaktion, als wenn ich dieser Person nie wieder begegnen werde. Danach werde ich immer abschätzen. Macht es jetzt Sinn, in die Empathie zu gehen? Also das heißt, ich höre den erst mal an, ich lasse den sich abregen und bin erst mal nur bei dem und sage vielleicht gar nichts. Genauso kann es aber auch sein, dass ich sage, halt, stopp, Moment. Das ist mir meine Lebenszeit oder dafür ist meine Lebenszeit mir zu schade. Kannst du vielleicht erst mal für dich klären, was los ist und wir treffen uns in zehn Minuten wieder? Beides ist möglich. Und wenn ich diesen Menschen wahrscheinlich nie wieder begegne, dann werde ich mir vielleicht gar nicht so viel Zeit nehmen und überhaupt darauf reagieren, sondern das Ganze an mir vorbeiziehen lassen. Okay. Also wenn ich dem nicht öfter begegne und ich merke, das ist nicht meine Baustelle, schalte ich den auf Tonspur und wenn es beide Ohren passiert hat, drücke ich auf Reset. Ja, weil das spart meine eigene Kraft und Energie. Und was soll ich mich da einfühlen und Zeit darauf verwenden, wenn ich den wahrscheinlich nie wieder sehe? Das tue ich dann, wenn ich weiß, okay, das sind mir Beziehungen, die mir wichtig sind, Menschen, mit denen ich öfter zu tun haben werde. Dann ist es auf meine Lebensqualität betrachtet ganz wichtig, dass ich damit einen Umgang finde. Ja, und entweder hier stopp, klär dich bitte erst mal selbst. Oder wenn ich die Kraft habe und auch gerade die Freude daran, dass ich demjenigen helfe, dann höre ich mir das an und frage, sag mal, bist du gerade völlig außer dir? Ist dir irgendwas passiert, was dich gerade völlig aus der Bahn geworfen hat? Dann möchte ich es gerne hören. Wenn ich dazu Kraft und Freude habe, dann mache ich das. Aber das ist nie ein Muss. Okay, das hört sich ja sehr ökonomisch an. Gibt es auch ein ökologisches Prinzip der Kommunikation, wo man mich für verhaften würde? Also wo die Kommunikationspolizei sagt, Susanne, so jetzt nicht mehr? Ja, das Ökologische ist das, wenn in der Kommunikation immer nur die Seite des einen zählt, wenn immer nur jemand seine Bedürfnisse durchsetzen will, auf Kosten der anderen, dann ist das Ego-System, aber nicht Öko-System. In dem Öko-System der Kommunikation und in der gesunden Kommunikation und Führung geht es darum, dass die Bedürfnisse aller gehört werden und soweit möglich berücksichtigt werden. Das Wichtigste ist aber erstmal, dass sie überhaupt gehört und ernst genommen werden. Das ist das Ökologische. Funktioniert das auch, wenn nur ich das mache und die andere Seite nicht? Ich meine, vielleicht haben die hier nicht zugeschaut oder denken sich, sie stehen darüber, das muss alles nicht sein. Und dann, glaube ich, gibt es noch die, die meinen, dass sie das alles tun, wo ich das nicht unbedingt erkennen kann. Könnte auch an mir liegen, aber... Ja, all diese Facetten gibt es. Die wichtigste Antwort, das ist auch deine erste Frage, geht das nur, wenn ich das nur kenne oder kann und mein Gegenüber kann das nicht? Das werde ich ganz oft in Unternehmen gefragt. Ja, wir lernen das jetzt hier, aber die anderen Mitarbeiter und Kollegen, die können das ja gar nicht. Und ja, das geht. Es heißt nur, dass du doppelte Arbeit hast. Das eine ist, dass du für dich die Selbstklärung durchführst und dass du beim empathischen Zuhören die Bedürfnisse der anderen Seite auch hinter den Worten oder vor allem hinter Vorwürfen hören kannst oder hören würdest. Und dann machst du dem anderen ein Angebot. Geht es dir gerade um, vielleicht ernst genommen werden? Geht es dir darum, einbezogen zu sein? Wenn sich jemand bei dir beschwert, hey, du hast mir die Einladung zum letzten Meeting überhaupt nicht geschickt, ich wusste von gar nichts, wolltest du mich wohl nicht dabei haben? Dann könntest du dahinter, hinter diesem Vorwurf einfach das Gefühl und das Bedürfnis des anderen hören, weil derjenige das nicht gelernt hat, dieses Bedürfnisbewusstsein, dieses ökologische Kommunizieren für sich überhaupt in Anspruch zu nehmen. Also, ja, bist du sauer und wärst du gern dabei gewesen? Oder brauchst du die Sicherheit zu wissen, ob wir dich dabei haben wollen? Ob du willkommen bist? Geht es dir darum? Oder geht es dir auch darum, alle Informationen mitzubekommen, sodass du an zukünftigen Projekten auch mitarbeiten kannst? Und derjenige wird dann schon sagen, um was es ihm geht oder ihr. Okay. Also, du hast doppelte Arbeit. Ja, und ein bisschen sinkt meine Stimmung an dem Punkt, dass ich denke, meine Güte, jetzt soll ich für zwei arbeiten. Was habe ich davon? Du hast davon, dass wenn du bei ihm auf den Punkt bringst, um was es geht, dass du gar nicht anfängst, dich zu verteidigen, Dinge persönlich zu nehmen, was der normale Weg ist, wie Menschen reagieren, wenn sie so einen Vorwurf hören. Die meisten fangen an, in Verteidigungs- und Rechtfertigungsschleifen den Dialog fortzusetzen, worauf der andere dann meistens mit, ja, aber trotzdem war das und das doch nicht okay. In dem Moment, wo du Bedürfnisse anbieten kannst, kommt es sehr schnell zur Verständigung. Wir haben Evaluationen durchgeführt und in der Evaluation kommt immer raus, egal in welchem Kontext das ist, dass Gespräche deutlich kürzer sind, dass Meetingszeiten runtergehen, effizienter sind. Und das ist das Erstaunliche und auch, ich finde, das Lohnenswerte daran. Okay. Machen das viele Führungskräfte? Gehört es nicht dorthin eigentlich? Es gehört auf jeden Fall dahin, vor allem, weil der Alltag für sie dadurch entlastet ist. Auch wenn sich das am Anfang jetzt anstrengend anhört, weil es ein Umdenken bedeutet, ist es so, dass es Zeit spart und sie sind viel aufrichtiger. Und sie kommen, glaube ich, viel eher auch an neue Lösungen, an Ideen ihrer Mitarbeiter damit heran. Okay. Für mich als einzelne Führungskraft kriege ich viel hin. Gibt es etwas, was mich unterstützen kann, das zu lernen? Ich meine, ich habe eine Menge zu tun in der Führung. Alle wollen was von mir und jetzt soll ich eventuell nicht nur für mich, sondern auch noch für andere Mitarbeiter, Kollegen, Kunden denken. Gibt es was, was ich in die Hand nehmen kann? Ja. Jedes Unternehmen, jeder einzelne Teilnehmer, der zu uns kommt, ob es Beratung oder Training ist, die bekommen immer Karten mit Bedürfniswörtern. Tatsächlich einer neuen Sprache. Es ist etwas so in die Richtung Vokabellernen. Die bekommen ganz kleine Karten, die sie überall mit hintragen. Die bekommen größere Karten, die an ihren Arbeitsplätzen liegen, in ihren Koffern sind, am Kühlschrank zu Hause oder in der Cafeteria hängen. Überall. Manche haben das als Mobile in ihren Büros aufgehängt. Also die haben sich wirklich ganz, ganz viele Lernmöglichkeiten für unterschiedliche Kanäle damit gebastelt. Also tatsächlich die Wörter lernen. Sich selbst immer wieder die Frage stellen, wie geht es mir, was brauche ich? Völlig banal, aber so läuft es und so kommt das immer mehr ins Bewusstsein. Okay, dass ich erinnere, worum kann es gehen. Hast du drei Bedürfnisse für mich? Was ganz, ganz häufig ist, ist Autonomie, Selbstbestimmung. Ja. Dann ist es Freiheit. Das ist sehr nahe dem anderen. Das zweite ganz große, würde ich sagen, ist dazugehören. Das kommt häufig durch gefragt werden, ernst genommen werden zum Vorschein. Sie wollen dazugehören zu diesem Kollegium, zu diesem Unternehmen, sich damit identifizieren. Und das ganz große, was wir heutzutage sehen, ist, sie wollen Sinn. Sinn in ihrem Tun, in ihrer Arbeit, in den Unternehmenszielen. Das sind so drei Bedürfnisse. Oh, jetzt dämmert mir vielleicht eine kleine Sorge herauf. Kann es sein, dass die neuen Generationen weitaus mehr auf Sinn und auch das Sehen ihrer Bedürfnisse pochen? Ja, why? Sie wollen das Why dahinter wissen, die neuen Generationen. Die nehmen nicht einfach alles mehr so hin. Das sehe ich auch. Stecken dadurch aber auch die Älteren an, die im Unternehmen sind. Auch die haben mittlerweile einfach viele Dinge, die vorhanden sind und wollen nicht nur irgendwas arbeiten. Es ist ja nicht so wie früher, dass Arbeit und Denken so getrennt sind, sondern sie wollen auch einen Sinn haben. Sie wollen einbezogen sein, verstehen, Transparenz, Information mitentscheiden. Okay. Dann bin ich ursprünglich gekommen von Kommunikationserinnerungen, die wirklich ins Kraut gingen und freue mich, dass ich für die Zukunft was gewonnen habe. Danke fürs Dasein, Angela Dietz. Ja, danke Susanne. Ich habe mich sehr gefreut. Dankeschön. Vielen Dank.